Hallo und herzlich willkommen, meinen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, heute ist schon wieder Freitag, Freitag der 23. glaube ich. Und es geht heute darum, etwas Neues anzufangen und ein Ende zu akzeptieren oder erst das Ende zu akzeptieren und dann etwas Neues zu beginnen. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wie immer ist es ein allgemeines Orakel, das heißt, es kann mit dir und deiner Lebenssituation zu tun haben. Muss es aber auch nicht. Und du schaust als erwachsener Mensch immer in eigener Verantwortung. Du kannst dir deine Verantwortung nicht vor der Haustüre abgeben. Aber vielleicht findest du den einen oder anderen wertvollen Tipp für dich und deinen Alltag. So, also beginnen wir heute mal mit dem klassischen Rider-Waite-Tarot. Nehmen wir fünf Karten und schauen mal, ob wir einen Hinweis kriegen, in welchem Bereich Enden und Neuanfänge möglich sind. So, die erste Karte, das Ast der Schwerter. Es geht kopflastig weiter. So, schauen wir mal. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Also, Ast der Schwerter, der Magier. In der Mitte der Legung die Liebenden. Dann, dahinter der Hierophant und zu guter Letzt die Neuen der Kelche. Ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Es geht darum, hier wirklich die eigene Kraft endlich anzunehmen, zu erkennen, was in deinem Bereich liegt und was nicht in deinem Bereich liegt. Hier geht es vor allen Dingen im Großen und Ganzen um geistige Klarheit. Die großen Arcana-Karten, wozu der Magier gehört, die Liebenden und der Hierophant, die alle in der Mitte liegen, das sind alles Energien von großen Zahnrädern, die im Hintergrund agieren. Ja, die großen Arcana-Karten sorgen immer für den Grundton des Tages, für den Grundton im Hintergrund unseres Lebens. Das sind die energetischen Umstände, könnte man sagen. Da haben wir nicht so einen Einfluss drauf. Aber wir können diese Energie nutzen, uns einklinken, uns eintunen da drauf. Der Magier weiß, dass es jetzt möglich ist, etwas Neues zu tun. Und du bist hier ganz stark im Kopf und weißt, okay, das hier ist das Schwert der Wahrheit. Das ist eine Sache, da werde ich glänzen, da werde ich etwas vollenden, da werde ich etwas machen oder zu meiner Meinung stehen, auch meine Meinung hochhalten. Und dann geht man hier durch Veränderungsmöglichkeiten, durch magische Prozesse, durch gute Synchronicitäten, sinnvolle Zufälle. Und mit den Liebenden in der Mitte geht es hier auch um Vereinigung, um Verbindung, um Liebe, um die Möglichkeit, einen neuen Lebensabschnitt miteinander zu begehen. Und das Ganze unter dem Segen von oben, von der geistigen Welt, vielleicht auch tatsächlich von einem Priester. Ich finde es immer wieder schön. Ich kenne jemanden, der heute heiratet. Und für mich sieht das hier sehr nach einer Trauungsszene aus. So, das Ganze führt hier in glückliche Umstände. Neun Kelche, das führt ins Glück. Das führt dazu, dass man einfach im Seelenfrieden ist mit sich. Das ist alles, was man wollte. Man wollte hier zum Ende kommen mit den neun Kelchen. Der letzten einstelligen Zahl, wo man halt in seiner eigenen Integrität emotional einfach sicher aufgestellt und glücklich ist. So, die Tagesenergiezahl ist heute 5,5,5, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und das ist einfach die Engelszahl dafür, dass ein Ende jetzt dazu führt, dass du die Hände wieder frei hast für etwas Neues. Am Ende machst du dich wieder frei, die Hände frei, streifst alte Gedankenkonzepte ab, sorgst dafür, dass du erkennst, dass nicht alles so statisch und festgefahren ist, wie du vielleicht dachtest und machst dich für die Möglichkeit frei, etwas Neues zu ergreifen, eine neue Chance in Angriff zu nehmen. Auch die Freitagskarte sagt es im Übrigen, sie sagt vollende etwas, lass einfach los. Je nachdem, in welcher Reihenfolge es getan werden muss. Vielleicht muss auch etwas beendet werden, um es dann loszulassen. Guck, wie es bei dir passt. So, wir schauen mal in das Orakel der inneren Stimme noch rein, was wir da für Botschaften bekommen. Da hätte ich gerne zwei oder drei Karten, zwei, drei Botschaften, die ich noch mit euch teilen darf heute an diesem schönen Freitag. Dankeschön. Die erste Karte ist die Ehrlichkeit, Karte Nummer eins. Die eigene Wahrheit zu sprechen erfordert Mut. Karte Nummer eins ist hier auch der Magier, ist auch Karte Nummer eins. Und dann hast du hier das Schwert, was für deine eigenen Wahrheiten steht. Ich habe es eben schon gesagt, die eigene Wahrheit hier hochhalten. Dann haben wir Karte 36, Wut und Geröll. Vergib anderen, vergib dir selbst. Vielleicht ist das Ganze tatsächlich noch ein energetisches Ding, dass du dich eigentlich schon physisch von Menschen gelöst hast und jetzt energetisch nochmal nachziehen darfst, wo du nochmal, ja, wo du nochmal zu dir selbst finden kannst, weil das ist auch Karte 36. Wenn wir das zusammenziehen, haben wir die neun. Hier haben wir die neun Kelche. Erst wenn du hier vergeben hast. Das heißt nicht, dass du alles vergessen musst, aber es heißt, dass du für dich da einen Schlussstrich drunter ziehst, emotional, dass dich das nicht mehr am Haken hat. Wenn du das schaffst, dass dich etwas nicht mehr immer anpiekst. Wenn dich irgendetwas nicht wieder auf die Palme bringt, was dich früher in Wut und Rage gebracht hätte, dann sorgst du hier für deinen eigenen Frieden. Dann sorgst du dafür, dass du friedlich bist mit dir und deiner Umgebung. Schau auch gerne nochmal in die Botschaft von Dienstag hinein. Am Dienstag ging es auch darum, dass dieser Frieden, der in deinem Leben sein darf oder sein möchte, den hast du dir selber erarbeitet. Es geht nicht darum, dass immer alles einfach und lockerflockig in dein Leben reinflutscht, sondern manchmal muss man sich hier auf die Hinterbeine stellen, ehrlich sein und sagen, okay, das funktioniert hier einfach so nicht. Mit jemand anderem oder in deinem eigenen Leben mit dir selber, wenn du mit dir selber ehrlich sein musst. Aber es kann auch sein, dass du dich hier gegen jemanden stemmst und sagst, okay, mit dir gehe ich keinen weiteren Schritt, wo auch immer das ist, jetzt beruflich oder in Freundschaften, familiär. Hier gibt es die Möglichkeit, Dinge auszusortieren. Und da muss man auch nicht wütend sein, wenn man hier erkannt hat, was hinter der Oberfläche einfach so liegt. Als letzte Karte haben wir Karte Nummer 16, die Entschlossenheit. Dein Wille kann Berge versetzen. Wenn du dich dazu entschließt, dich einfach nicht mehr nerven zu lassen, wenn du dich dazu entschließt, dich einfach nicht mehr schlecht behandeln zu lassen, wenn du dich dazu entschließt, dich selber nicht mehr schlecht zu behandeln, in dem Moment öffnen sich hier neue Möglichkeiten. Dann öffnen sich hier große Chancen für dich. So, wir nehmen noch eine Karte aus Dein Herz kennt den Wig und schauen mal, was ich dir noch mitteilen darf. Entspanne deinen Körper so oft du kannst. Spüre deinen Körper so oft du kannst. Ruhe in deinem Körper so oft du kannst. Dein Körper ist die Brücke, über die du zu mehr Leichtigkeit und Selbstliebe finden kannst. Gut. Also, immer wenn du das Gefühl hast, es ist gerade flatterhaft oder du fühlst dich unwohl, nimm dir einen kurzen Moment, um durchzuatmen, um dich hinzusetzen, um zu gucken, okay, warum fühle ich mich so fahrig oder so flatterhaft oder wie auch immer. Setz dich hier immer wieder hin. Denk einen Augenblick nach. Denk vielleicht auch an etwas, was dich glücklich macht und vielleicht, wenn du gerade auch wütend oder am Groll bist, da gibt es so einen Tipp von Vera Birkenbiel, die sagte, wenn sie gerade so richtig angepisst sind, wenn sie richtig genervt sind, gehen sie kurz auf die Toilette und lächeln sie. Am Anfang ist das wahrscheinlich eine Grimasse. Am Anfang hast du gar keinen Bock zu lächeln. Du findest alles scheiße, du bist wütend. Aber es gibt Verbindungen zwischen unserem Körper und unserem Geist. Und wenn man lächelt, dann werden gewisse Muskelpartien angespannt, sodass das Gehirn denkt, dass man gerade in einer positiven Stimmung sein müsste und dass irgendwie das nicht mitgeschnitten hat. Dass es vielleicht mit den Sinnen irgendetwas nicht verstanden hat. Und dann sorgt dieses körperliche Lächeln, dieses rein mechanische Lächeln, wenn man so möchte, sorgt dafür, dass das Gehirn für einen kurzen Moment ins Resetten kommt. Es versucht herauszufinden, warum man denn gerade hier so glücklich ist, obwohl man ja eigentlich gerade so viele Stresshormone im Körper hat. Und dann wird das einmal neu justiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, sie sagte 30 Sekunden, kann doch sein, dass es eine Minute war, wo man dieses gefälschte Lächeln, wo man sich selber auch so dämlich bei vorkommt, einfach durchzieht. Um zu gucken, kann ich mich hier gerade wieder von meiner Wut-Bubble runterholen? Kann ich da von, ja, von diesem, von dieser Wut einfach wieder runterkommen? Kann ich wieder ein bisschen mich abregen, abkühlen? Und das kann über den Körper passieren. So, gut ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Wer mag, darf was spenden. Schau gerne auch mal auf meiner Homepage vorbei. Und ja, wenn du magst, sehen wir uns einfach morgen früh wieder. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Ciao.